Jo Freunde, was geht ab? Mein Name ist Herc und Willkommen auf meinem Kanal von Ja Freunde, heute gibt es mal Random Icon SBB, ja und zwar gegen Ernesto. Was geht ab, mein Freund? Ernesto Valverde wieder am Start hier. Heute Random Icon SBB, habe ich glaube ich so auch noch nie aufgenommen. Wir machen heute eine kleine Spezial-Tour, was machen wir da nochmal? Ja, also, wie gesagt, Random Icon SBB und egal was wir jetzt kriegen, ja, der wird auf jeden Fall Stürmer spielen. Ja, das wird auf jeden Fall richtig cringe. Facken wir auch nicht so lange. Wie viele Likes schaffen wir, Bro? Machen wir mal die... 8888 Likes. Das ist eine Ansage, Bro. 8888. Also, Like da lassen. Wir haben natürlich auch bei Ernesto was gedreht. Ohne Widerschreiben ist verlinkt. Ansonsten fangen wir an. So, ich drücke mal jetzt. Zack. Jetzt kannst du mir eine Seite sagen hier. Nimm mal Seite 3. Seite 3. 1, 2 und 3. Ja, okay. Wenn man die 3 so cool ist, nehmen wir die Zahl 7. Die Zahl 7. 4, 5, 6, 7. Ja, mein Freund. Wow. Ich habe den sogar in meinem Verein. Ja, und zwar Haji. Seine 85er Karte. Nein. Scheiße, Alter. Ach du Scheiße, Bro. Dann würde ich sagen, ich drücke jetzt Dreieck-Icons. Boom. Sag mir eine Seite. Ich nehme auch mal die 3. Seite 3. Okay. Und Nummero 5. Okay, ja, aber ist auf jeden Fall eine Stürmerkarte, ja? Soll ich dir schon sagen, wer es ist? Ja, sag an. Es ist Hernandez. Dirmand. Dirmand, genau der. Leider nur die 87er Karte, Alter. 87er Hernandez gegen 85er Haji. 87. Was sagst du denn? Du hast noch 87er Hernandez, oder? Ach so, ja, 87. Hast du 85 gesagt? Nein, ich habe 87. Ich habe 85er Haji. Ja, das ist geschlossen, Alter. Die Bambusleitung, Alter. Corona verseucht, ey. Ja, lass uns mal, Tixi, die Teams machen und dann sehen wir uns gleich. Richtig Coronavirus-Verbindung hier. So, Jungs, also, wir sind jetzt ready. Ja, wir haben ungefähr anderthalb Stunden gebraucht, aber nicht so schlimm. So, wie fangen wir dann mal an? Ich halte mal schön hier rein. Gut, dann fangen wir an mit linken Sturm. Also, wenn du den hast, Bro, dann spiele ich komplett mit Bronze Team, okay? Okay, toll. Da habe ich nämlich meine Road to the Final Karte von Yannick Bolasi. Die SBC-Karte, die ich mal gemacht habe. Dann rechts im Sturm. Ja, das ist vielleicht ein bisschen riskant gewesen, aber da habe ich einen Mexikaner und zwar ist es Hirving Lozano. Ich habe links Martial und rechts habe ich Lozano. Das ist doch kein Scheiß, Alter. Ich schwöre, aber das ist ja, Junge. Rechts Lozano, links Martial. Ey, gerade bei Eiken ist das doch unmöglich, einen zu treffen. Ich wollte einfach diesen grünen Link haben, ey. Ähm, ja, und zwar, ähm, ich möchte, äh, ja, meinen Joker benutzen und zwar einen Torwart, bitte. Hier, ich halt rein, ey. Ja, super, du kannst alles machen, was du willst. Also, ich mache bei ihm LZOM und ZDM links. So, dann fangen wir mal an. Eine 87er-Karte haben wir hier am Start und zwar ein OTW, ja. Ne, ne, kein OTW, sorry. In Form 87er. Ja, und zwar, De Jong und ZDM spielt Wijnaldum von Liverpool. Ich habe Dybala und Matuidi aufgeschrieben, ey. Ja, Juri, ja. Hängt doch mal gut an, Bruder. Ja, sehr gut. Wir machen dann weiter. Nächste Runde. Okay, wir kommen jetzt bei Seko zu die komplette rechte Seite. Ich würde sagen, ich halt rein. Hey. Ja, ist schwer mit deiner Icon. Du hast noch eine Icon, die du benutzen kannst. Ach, du Kacke, Alter. Wenn ich jetzt was treffe, komm schon. Also, ähm, ja, wir fangen mal an. Und zwar im Sturm, ja. Den hast du mir vor zwei Wochen gezogen. Und zwar Son, ja. Dann, äh, Z. Nein. Ja, ZOM habe ich dann, äh, Daily Alley. Und, äh, ZM habe ich, den habe ich auch letztens gezogen im Stream. Und zwar, äh, Schipter-Shave-Karte Arnold habe ich am Start. Ey, der nimmt einfach den Scheiß-Son, Alter. Ey, wieso bin ich nicht drauf gekommen? Ich wusste, irgendwas stimmt doch nicht. Irgendwas habe ich vergessen. Dann benutzt du den eigenen Son, den ich dir gezogen habe, gegen mich im SBB, Alter. Fick mein Leben. Was hast du denn aufgeschrieben? Ich habe Gabriel Jesus, der Bräune und Shapeshifter Arnold. Ah, Junge, Scheiße, Alter. So, ich schalte mal hier rein. Also, wenn du die Karte hast, Bruder, wirklich Respekt. Respekt. Heute habe ich mal ein bisschen was Ausgewogenes probiert. Und zwar habe ich da den Gael Kakuta. Kennst du Kakuta? Was? Der ist der Landsmann von Bollassi. Spielt in der französischen Liga. Kommt auch aus Kongo mit dicke Pimmel. Dann, im ZM haben wir meine Icon. Und das ist Vierin. Und im rechten ZM habe ich Tolisso. Champions League Karte von Bayern. Ja, ich habe Akuna, Alain und Fernandes aufgeschrieben. Kannst du behalten dein... Wie heißt der nochmal, der Typ? Kakuta. K-A-K-A-K-U-T-A. Kakuta. So, Scheiße, Junge. Machen wir mal dann weiter. Oh, der hat stabile Werte, Alter. Ich weiß dir, sehr gut. Sehr gut. Werden wir gleich im Game sehen. Äh, ja. Wir machen dann weiter. Und zwar die beiden Außenverteidiger. Komm mal. Wenn der keinen 30er hat, dann weiß ich auch nicht. Das ist ein richtiger Porno-Darsteller, Alter. Ich. Jungs, wir machen mal dann direkt hier weiter. Ja, die beiden Außenverteidiger. Ich schalte mal schön hier rein. Mein Kakuta, Leute. Ich hoffe, der gefällt euch, ey. Geile Karte. Okay, gut. Kakuta. Ich fange diesmal rechts an. Komm, Rechtsverteidiger. Da, ja, bin ich ein bisschen mit dem Offensichtlichen gegangen. Und zwar ist es Joshua Kimmich, ein Linksverteidiger. Da musste ich halt leider einen aus der französischen Liga nehmen. Und sonst wäre es ein bisschen schwer geworden. Da gab es leider keinen Kongolesen mit Dicke Pimil. Da habe ich Renato Sanchez, Shapeshifter. Ich habe rechts Odrio Zola und links Masuaku aufgeschrieben. Masuaku? Der spielt bei West Ham United. Der kommt auch aus Kongo. Boah, habe ich mich aber gut hops genommen. Ich wusste, dass es Ding gibt. Ich habe nur Spaß gemacht. Scheiße, aber so. Ich habe ein bisschen Mindgames gemacht, ey. Die Kongo, das ist Bruder, das ist neuer Link. Das ist Zukunft, Kongo-Ecke. Das ist die Kongo-Ecke. Ja, ja. Die werden bestimmt nächstes Mal nachmachen, die anderen YouTuber. Oh Mann, Mann, Mann. Mach es also nur noch Kongo-Ecken, Alter. Ja, Kongo-Ecke. So, machen wir dann weiter. Okay. So, ja, rechts. Ja, also rechts ab, ja. Ja, italienische Liga, sage ich mal, mein Freund. Und zwar Florenzi habe ich da am Start von AS Roma. Ich weiß, der spielt jetzt momentan bei Valencia, glaube ich, aber wir haben seine Roma-Karte. Und links habe ich Pan Arnold, und zwar Winter-Refresh-Karte. Ich habe Semedo links und Trippier rechts. Also beider aus der spanischen Liga. Scheiße. Sehr gut. So, letzte Runde dann, Jungs. Boah, zum Glück habe ich diesen Masuaku nicht genommen. Ich dachte, das ist zu auffällig, zu viel Kongo lesen. Er guckt extra nach Kongo-Nationalität. Kongo, wen haben die da? Ja, ja, normal, Alter. Ich habe fast dann helps genommen. 30 Zentimeter, Junge. Bolasi. Futter anstellen. Ich schwere, Bolasi, Kakuta und Masuaku. 90 Zentimeter, Junge. Scheiße. So, Leute. Jetzt kommen wir zum großen Finale. Die letzten drei Positionen. Ich halt mal rein. Ich glaube, du bist mit Smalling und Jesus gegangen, ja? Ich glaube schon, aber ich habe was anderes. Und zwar, ich habe ein Icon am Start, mein Freund, in der Innenverteidigung. Und zwar, das ist der Barresi, seine 91er-Karte. Links habe ich von Juventus Turin. De Ligt am Start. Und zwar sein OTW-Karte. Und im Tor haben wir Handanovic. Nein, Mann, Alter. Was hast du denn? Juan Jesus, Donnarumma und De Ligt. Ach, du Scheiße. De Ligt-Karte, Alter. Scheiße. Dann geht es hier weiter. Ja, okay, gut. Jetzt geht es zu mir rüber, ey. Linke Innenverteidigung. Da haben wir eine Shapeshifter-Karte von Paris. Und das ist Engouioué. Also die 30-Zentimeter-Ecke muss weiter fortgeführt werden. Rechte Innenverteidigung. Da habe ich mich nicht schlumpen lassen. David Alaba Shapeshifter. Und im Tor habe ich Navas. Ja, gut gemacht. Upa Meccano, Kamara und Refier. Es war schon riskant, was ich gemacht habe, Leute. Guckt euch das an, Alter. Let's go, Leute. Pack dein Bronzespiel in und dann geht es rein in die Partie. Let's go. So, Jungs. Also, wir starten. Viel Glück. Viel Glück. Let's go, Alter. Mit deinem Son, den ich dir gezogen habe. Ich stoße dich auch heute wieder ab. Komm, die Kongolesen, Alter. Jetzt holt den Schwanz raus. Boah, Asti. Jetzt geht die Partie ab. Ja. Scheiße, Jungs. Hatte Angst gehabt. Verstehst du mal. Tja, Jungs. Das ist ein Mann. Oh, der ist ein Mann. Oh, Schääb. Oh, Schääb. Oh, Schääb. Oh, Schääb. Boah. Ha ha ha! Kurz alle Obst genommen oder was? Nihihihihihi Komm, Delihalliii! Delihalliii! Der ist der Mann, der ist der Mann, der ist der Mann, der ist der Mann. Komm! Hajiiii! Haji Amor! Man kennt ihn, ein Schuss, genau! Ein Tor, so läuft das! Dein Tor war das? Nein! Nein! Oh mein Gott! Mhh! Ja! Stirnbahn! Stirnbahn! Ey! Oh mein Gott! So stark gemacht, Alter! Jetzt aber! Boah, deine Gritsche, Alter! Jawoll, Uwe! Boah! Nein! Ey, das war so schön gemacht! Ich hab dich vernascht! Nein! Nein! Oh! Jawoll, Uwe! Let's go! Fertig? Ja! Nein, Mann! Nein! Boah! 1-0! Ich würde mal sagen, verdient! Ja! Wie viele Schüsse hast du? Ah, okay! Ja, Bruder! Mehr als du, ey! Mehr als du! Ich bin bereit! Komm! 1-Pick! 1-Pick! Boah! 4-2-2-2! Genau! Ähm! Boah! Was nehme ich denn da? Das ist echt schwer, ey! Ich nehme den linken Stürmer! Linken Stürmer! Ich hab Handanovic da am Start! 89er Handanovic! Ganz entspannt! Ja! Ich hab's kurz und schmerzlos gemacht! Ich hätte noch diese Filme machen können! Ich nehme den linken! Aber ich nehme den dann den rechten! So, ich geb' jetzt meinen Handanovic ab, Jungs! Ja, wir sehen uns gleich! So, Jungs! Also, wir geben hier jetzt Handanovic ab! Ja! Ja! 89er Handanovic ist jetzt weg! Ja! Mal schauen! Also! Das war's! Ich hab Euch schon das Video gefallen! Wenn ja die Daumen nach oben! Ja! Wie er auch gesagt hat! 8888 Likes! Also, wenn wir das schaffen, ne! Dann weiß ich auch nicht! Also! Aber, Leute! War auf jeden Fall ein cooles SPW! Ich hab ein geiles Team gehabt mit meinen Kongolesen, Leute! Leute, denkt dran, alle liken, sonst kommen die drei Jungs vorbei hier, Alter. Wird schlimm, sonst 90 Zentimeter Jungs, ja. Also, wir sehen uns dann. Peace. Haut rein, Leute, ciao.